Hallo, schönen guten Nacht! Das sind jetzt zwei Wörter. Versuchen wir mal. Hallo, schönen guten Nacht! Also ich gehöre drei. Sehr gut. Du. Guten Nacht. Hallo, schönen guten Nacht. So ein Aufwand muss man ja schon, also wirklich, die Kette folgen, also standesgemäß beginnen. Sonst hast du schon einen schlechten Start. Ich lass dir jetzt Zeit, ja, und wir kontrollieren das gleich, ich lass dir jetzt Zeit, bis nun mit deinen Freunden konzentrieren, zu überlegen, was wirklich die Aufgabe ist. Mehr Teppich-Frage. Frage an die Männer, was ist roter Teppich und Frau, was ist davon eine Etikette? Ihr könnt die jetzt nicht. Okay, du musst hier nach vorne stehen und dirigieren, ja? Kommt hier nach vorne. Kommt hier nach vorne. So, und jetzt dirigieren auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wolfgang, der in der nächsten Mal ist für mich ganz klar überfordernd. Und hier bist du nicht ganz links. Ihr fangt auf drei, drei. Eins, zwei, drei. In die Cherry. Ja? Was? Du musst links, du musst links. Ja! Sei hier so weit. Darum musst du aufpassen. Ja, ja, drei. Mit links. Eins, zwei. Musik 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 Also optisch, 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 optisch. Jetzt ist es natürlich Abendpappe. Zu Beginn der Veranstaltung. 6 cm Einhangsregel wieder. 7 cm lehren. Musik 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 Aber kann man so nicht sagen. Er hat sich wirklich genau gemacht. Helmblau. Lässig, leger. Brille geputzt. Und hier optimaler Behalter. Mittelschein. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018